Und damit willkommen zurück zu Donkey Kong Country mit Flash Mit Centus Nee, mit den Osterhasen Okay, du bist der Osterhaser. Hi Osterhaser Hi Osterhaser Nachdem wir jetzt erstmal für 10 neu gestartet haben Sollte es besser laufen Hoffen wir Sonst gibt es echt eine Internetverbindung Boah, das war knapp Die ich fast in den Tod gerödelt hätte Ja, sehen wir jetzt Das war knapp Was ist eigentlich da unten? Probier's aus Toll Da ist das End Hast du gesehen? Hat dir jetzt aber auf Deutsch gesagt Viel gebracht Ja, ich weiß, dass es viel gebracht hat Weiß es doch Zum Flevel Der gute Vorteil ist Ich war ja wenige Folgen davor schon hier Das heißt, du kannst eigentlich ganz gut Kopieren, was ich gespielt habe Eigentlich Ja, eigentlich Und das stirb ich Super Top Weil das war jetzt scheiße, was du gemacht hast Du hättest vielleicht Vielleicht hättest du es ja geschafft Das heißt maul Eiszeit Allee 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 Ach na Ähm Was hast du denn jetzt gemacht? Alter Nein, meine Kontrolleanstellungen Sind die widerlich? So Haben sie sich etwa umgestellt? Ja Das ist gar nicht geil Aha Ganz lustig Ich fände es lustig Ich fände es lustig Lustig Ich stehe dann zwischen unserer Internetverbindung Ja Das ist der Jungen steht nicht Nein Das gerade wieder gerunkelt hat Ach so Tschüss Fick Dich Toll Darf ich auch noch meine Einstellungen noch machen? Top Spiel Weißt du? Ich fahre mein PC zehn Jahre nicht mehr runter Ganz ehrlich Äh, ist eingestellt muss ich noch irgendwas umstellen hier ist ein bisschen komisch gerade welche taste war noch mal zum rennen ich glaube das passt schon das ist die taste okay es kann auch nicht passen wb was springt komisch aber springen ja wo wir das jetzt springen dann machen wir so auf und das jetzt klappt hallo du ach scheiße ich habe vergessen das passt ich kann mich bewegen das ist schon mal super toll die ganze steuerung ist voll kaputt ja wo wir tun ja irgendwie macht der hatte ich nicht möchte select auf die taste was falsch eingestellt ich muss mir das mal aufschreiben auf jeden fall weiß ich dass du das immer ist hast du nicht irgendwo was umgestellt wegen irgendwas nein so hatte ich nicht sagen ich sollte man nicht labern dabei dann vergesse ich das auch nicht das soll so eine scheiß von der kommt wäre sinnvoll manchmal naja 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 input select ist es nicht aber wir können select einstellen hier so was eigentlich wenn wir bei latenz hier was umstellen ich glaube der registriert die starttaste nicht ja erkennt die starttaste nicht mach aber noch ok dann spring da vor rein dann ist a nicht springen nein b ist dann springen ach b ah sorry toll danke centos bitte vielleicht weißt du jetzt was das verursacht hier hat weil mehrere gestriert aber die starttaste ja weil du den xbox kontrolle hast er kennt das ist ein xbox kontrolle ist oder deine konfiguration ist im marsch wieder nein 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 doch dass du neu konfigurieren musst mit dem programm nee nee das habe ich sofort gestartet dann einmal test gemacht schnell test der hat schon alle tasten gefunden ja ja ganzen schnell start bei dem programm machen ja da muss aber macht es aber immer knapp ich ich ja man kann ja dabei denken klar jetzt sind das jetzt muss aber zehn leben nur noch okay ist das auf jeden fall das spring ja weil die springt das ja was ist wenn du da hinten runter springt und dann kann man da ich weiß es nicht wird aber die austesten doch nein doch warum legt das gerade weiß nicht und doch schon wieder banan das ist doch schon das ist doch irgendwie mache von euch jetzt was geschafft ja aber nicht wirklich war ich habe nur gewartet bis irgendwas kam ja man sollte aber nicht weiter in der seite warten dann rutsch mal rund dass da kommt nichts mehr da kam aber ein salchchen jetzt stehen wir langsam wieder unter den zehn level ja geht es denn doch so wieder ins geheim fach und klaut sich bananen 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 knipp was war knipp 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 schnapp ja das war ja nicht ja wenn er unten ist kannst muss sofort schießen ich finde das schönes level und du findest das auch dass wir ganz schön so wie ich ja ich mag das alles schönes level weißt du doch ja wird die leckte bei mir aber nicht komisch ne alter und tschüss es ist rutschig und getroffen und das baby wo ist der fettzeug wo ist der fettzeug ist der fettzeug ist einfach zu fett und deswegen legt die lezenz auf so raus keine ahnung ach so kacke ist das jetzt geht das bei mir auch los mhm krass der ist maus bewegt mich nicht hast du start gedrückt ja hab ich etwas besser ich bewegt mich nicht mach ich auf hause der hätte ich treffen müssen nein hallo bin der bieber butzelmann der bieber bieber butzelmann die 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 ja hol dir noch ich hol dir jetzt noch ein extra leben was du gar nicht verdient hast denk dir aber du kannst dich hier bewegen aber du wirst niemals das n bekommen fuck egal ich sagte es du wirst niemals das n bekommen aber ab nächster leben ja und juckt mich nicht juckt dich doch ne ja sagst du doch noch sag mal fast schneller als die viecher pf pf äh zettos was ist los ich weiß nicht komischerweise nur zu abend zeiten oder so späteren zeiten wenn wir aufnehmen ne mal mach nochmal ich will da nicht runter ganz ehrlich mal runter einfach nein kannst du doch neue leben holen ich kann doch nicht mal mich weg porten oder weg fliegen hier oh blech 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 wer ist denn wechseln ach hier ist wechseln das ist wechsel ok was alter schwede du brauchst doch hier beim seil dran ne ich war kurz davor alter schwede ne ach da waren nein da war strauss schade wow in wie soll man das denn mit dem strauß machen also nicht kann doch auch springen und fliegen dann ja der kann klar kann der fliegen plapp 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 aber das frage ich mich wie der das dann machen würde hier oder überspringt der dann noch diese 10 hier also nicht ach ganz ehrlich was ist mit dir denn verkehrt da oben alles 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 vor allem alles und alles das ist schon mal ach ja bei dem habe ich auch voll abgekotzt bei dem der hätten wir gerade so ein was kommt denn jetzt die ab da ist es ich glaube da bin ich noch nicht mal weitergekommen schluss auch nur ehrlich nein und schluss 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 jihihi ho gay jihihi 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 na hau mal jihihi 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 nix neues ne 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 zu klein dann war ich in safe ne ja und dann bist du nächstes mal bei da country tschüss 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 tschüss